Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir und heute zeige ich euch hier auf die rüberarbeiten. JofiKiddi.net. Ehm, legal, ähm, let's go, äh, let's go, gucken kurz. So, jetzt hier gucken, warum, das interessiert uns. Und, wer das eigentlich nicht. Und, ja. Und ich muss jetzt mal kurz das Video anhalten, dann ist es ja. So, hier sind wir hier. Ja. Okay, also wir sind hier. Hier gibt es der Sender. Ja, ProSieben, RTL, RTL und so weiter. Und, wie gesagt, ist auch mobil. Hier ist ja einfach ein iPhone. Ähm, aber da muss man sich alle melden. Ganz klar. Die kann man jetzt hier einfach vertreten. Wenn man andere, das ist bisher einloggt. Okay. Ähm, ähm. Also, dann gibt es hier, ähm, let's go. Und dann, das interessiert uns. Und dann hier, ähm, ähm, let's go. Und dann, das interessiert uns. Hätten Sie Zeit für mich? Äh, ja, s-sicher. Hör aufzulamentieren. Pass auf, dass mir kein Schweiß auf meine Arzt und trifft. Oh Mann, nicht auch noch Stufen. Ja und, was spricht gegen Stufen? Zieh mich die Stufen rauf. Mach schon. Ich soll deinen alten Arsch die Stufen rauf. Du musst meine Arzt da irgendwie aufschaffen. Und gehst du öfter zur Beerdigung? Nein, das hier ist meine erste. So soll unsere Hochzeit werden? Hm. Möglicherweise. So, wenn wir gerade auf fahren. Ja, guck. Dann sehen wir hier noch Alarena. So, und jetzt guck ich mal gerade in Sart 1. Jetzt gerade, nee, doch in Sart 1. Sweet Home Alabama. Lieber auf Umwegen. So, und jetzt nehmen wir einfach mal in Sart 1. Wo hab ich 4? Wo hab ich 4? Wo hab ich 4? Wo hab ich 4? Wo hab ich 4 mit 1? Ja. Oder lecker. Wie lange dauert so ne nicht einvernehmliche Scheidung? 18 Monate? Mr. Beaufort, ich habe keine 18 Monate. Ich hab nicht mal 18 Tage. Ja, aber dann muss das irgendwie anders laufen. Äh, ja. Juhu. Ja. Solche Sahneschlädchen wie dich sieht man hier nicht so oft im Ort. Nee, aber, aber... Du bist da Beaufort. Das kommt gar nicht nach vorne. Baby, du siehst so was von scharf aus in diesem Frederic-Montana-Fest. Mr. Beaufort, ich will gleich zurück. Hör mal du Penner, leck mich doch ab. Arsch! Oh mein Gott! Ja, das zeigt mal eine Einpuppe. Solche Sachen mach ich nämlich nicht. Ja, das ist sehr flüssig. Also manchmal sind ein paar kleine Stopp, aber... So ist mir das jetzt auch nicht. Wenn ich das Partner... F-F-F-A-Q... Keine Ahnung was es ist. Man kann mich einfach einfach liken. Und... Folgen. Und wieder Kontakt. So. So. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen habt. Wer euch gefallen hat, bitte bleibt nach oben. Abonniert mich. Ähm... Bis zum nächsten Mal. Ciao.